Kapitel 4 Wurzeln, Kroatien und wolkenfrei Ich war nie ein 9-to-5-Typ. Ein normales Leben mit normalem Job wollte ich nie führen. Das zeichnete sich ja schon auf dem Jackenhaufen meiner Kindheit ab, ihr erinnert euch? Die Vorstellung von einem Leben im Büro mit Snackbear, Morgenmeetings und einem gurgelnden Geräusch dieser großen blauen Wasserspender, dass sich anhört, als würde irgendein Seeungeheuer aus den Tiefen des Mariannengrabens auftauchen und dich samt Bleistiftrock und Laptoptasche verschlingen wollen, das war für mich ein Graus. Zwar begab ich mich auch in die Mühle aus Schule, Schulabschluss und Ausbildung, denn sicher ist ja schließlich sicher, aber wirklich daran geglaubt, dass ich später als Mediengestalterin arbeiten würde, haben vermutlich nicht mal meine Eltern. Auch meine AusbilderInnen merken das ziemlich fix und verfrachteten mich in so ein kleines Kabuff, in dem ich vor mich hin rödeln durfte und statt Webengineering lieber meine Unterschrift für die Autogrammkarten übte, die ich sicher irgendwann mal schreiben würde. Tatsächlich signiere ich heute wirklich noch mit der Unterschrift, die ich damals einstudierte. Die zwei geschwungenen Kringel, die mal mehr wie ein Herz und mal mehr wie ein Schmetterling aussehen, die entstanden in jenem Kabuff und glaub mir, ich habe hart daran gearbeitet. Heute würde man wahrscheinlich sagen, ich habe damals schon manifestiert, wie mein Leben und meine Unterschrift später aussehen würden. Aber bis dahin war es noch ein langer Weg, der seinen richtigen Startpunkt an einem Sommerabend im Sonnenhof fand. Ich besuchte meinen Papa, der dort inzwischen an den Wochenenden als festes Mitglied eines Cover-Trios spielte. Für mich war der Sonnenhof immer ein Highlight. Es war der einzige Ort, an dem in meinem späteren jugendlichen Leben Musik stattgefunden hat. Denn wirklich große Konzerte, Bühnen oder Festivals gab es bei uns in der Gegend nicht wirklich. Die Magie von Live-Musik und Bands, auch wenn es nur Cover-Bands waren, die für ein erwachseneres Publikum gespielt haben, catchte mich einfach. Es war damals der perfekte Ort, um eine Karriere als Sängerin aufzubauen. Was mir damals noch nicht so bewusst war. Wem der Sonnenhof nichts sagt, hier eine kleine Einordnung. Der Sonnenhof ist nicht nur ein Hotel, eingebettet zwischen Wald-Fachwerkhäusern und den Weinbergen von Klein-Asbach, sondern er ist auch eine feste Instanz, was die Schlagerkultur in Deutschland angeht. Einerseits können Gäste im Haupthaus die schwäbische Idylle zum Ausspannen, Wandern und Erholen nutzen. Gleichzeitig ist der Sonnenhof aber auch eine Event-Location, die es in sich hat. In mehreren Areas, unter anderem in der Hacienda, geht abends richtig die Party ab. Es ist außerdem der Ort, an dem Andrea Berg ihren Mann, den Hotelbesitzer Uli Färber, kennenlernte. Und nicht zuletzt deswegen ist der Sonnenhof ein ganz besonderer Ort innerhalb der Schlagerwelt. Und kurioserweise lernte auch ich dort später meinen Mann Andreas kennen, den Sohn von Uli Färber. Quasi Schlager-Love-Story-Part-2. Und der Sonnenhof ist auch der Ort, an dem ich die Jungs von Wolkenfrei an einem Sommerabend kennenlernte. Man kann beim Sonnenhof also durchaus von einem schicksalhaften Ort in meinem Leben reden. Dort begann wirklich so einiges. Ich kam also meinen Papa besuchen und wir quatschten nach seinem Auftritt miteinander. Es war der letzte Abend vor unserem großen alljährlichen Kroatien-Urlaub. Wir saßen am Stammtisch, ein weiterer schicksalhafter Ort, an dem in der Geschichte der Menschheit bestimmt schon das ein oder andere wichtige Gespräch geführt und die ein oder andere Lebensentscheidung getroffen wurde, und wir quatschten den anstehenden Trip. Mein Vater kannte die Jungs, oder besser gesagt die Männer von Wolkenfrei bereits. Er war fester Teil des Sonnenhof-Ensembles und auch Wolkenfrei performten als Coverband regelmäßig vor dem Schlagerpublikum in der Hacienda. Ich hatte bereits gehört, dass Wolkenfrei eine neue Sängerin suchte und Markus und Stefan, die übrig gebliebenen Bandmitglieder, hatten ihrerseits davon gehört, dass mein Vater wohl eine Tochter hatte, die singen kann. Und möchte. Auch wenn ich erst 20 war und Stefan und Markus über 40, hörte sich das doch nach einem perfekten Match an. Den einen fehlte eine Sängerin, der anderen eine Band. Perfekt. Mein Papa stellte uns also an jenem Abend vor. Ich hatte ja bereits erzählt, dass ich in meiner Kindheit viel Zeit mit meinen Eltern verbracht hatte und es gewohnt war, mit Leuten, die deutlich älter waren als ich, Zeit zu verbringen. Ich genosse es sogar. Für mich war die Anzahl an Tagen, die jemand schon das Happy Birthday-Lied über sich ergehen lassen musste, nie ausschlaggebend dafür, ob ich mich mit dieser Person wohlfühlen kann oder nicht. Also saß ich an einem Samstagabend, während meine Altersgenossin vermutlich irgendwo in einer hippen Bar in Stuttgart einen Geburtstag begossen, in der Hacienda von Klein-Aspach und trank mit meinem Vater und zwei Hobby-Cover-Musikern in ihren 40ern Bier. Wir scherzten über Gott und die Welt, philosophierten über Musik und deren Stellenwerte in unserem Leben, tauschten uns über unsere wildesten Abende im Sonnenhof aus. Schlicht, wir lernten uns kennen. Irgendwann meinte dann Markus zu mir irgendwas im Sinne von Hey, also für uns wäre die Sache geritzt, aber bereite doch mal ein paar Songs vor, damit unser Manager sich das auch mal anhören kann. Ich glaube, das ist dem wichtig. Wir machen dann einfach ein kleines Casting und dann bist du drin. Wahnsinn, ein Job als Sängerin? Klar, es war noch nicht die große Bühne, auf der ich kopfüber von einem Kran hänge, während hinter mir ein Feuerwerk die Arena erschüttern lässt oder was ich mir nicht alles schon ausgemalt hatte, wie ich einst performen würde, aber es war ein Anfang, ein Schritt näher am Ziel. Während am nächsten Tag meine Tasche für den vierwöchigen Urlaub bei meinen Großeltern in Kroatien hinter mir im Kofferraum rumpelten, während wir wieder über ein Schlagloch auf der Landstraße krachten, zählte ich bei jedem Straßenschild die Kilometer, wie weit es noch bis zum Ziel sein würde oder besser gesagt, den beiden Zielen. Rijeka und meiner Gesangskarriere. Nie zuvor war ich mit solchen Hummeln im Hintern gegen Süden gebraust, irgendwie vielleicht auch schon wissend, dass dieser Urlaub für lange Zeit der letzte seiner Art sein würde. Bevor ich erzähle, wie das Casting lief und daraufhin die Zeit mit Wolkenfrei losging, muss ich an dieser Stelle von Kroatien sprechen. Kroatien ist nämlich ein wichtiger Teil von mir. Ein Teil meiner Identität, meiner Geschichte und meiner Persönlichkeit, der in diesem Buch bisher noch nicht den Platz bekommen hat, den er verdient. Um mich wirklich kennenlernen zu können, was dieses Buch ja schließlich beabsichtigt, ist eine kleine Reise nach Kroatien unvermeidbar, auch wenn diese Reise nur via Buchstaben, Kommata und dem Unaussprechlichen zwischen den Zeilen stattfindet. Ich habe mir fest vorgenommen, in Zukunft wieder jedes Jahr mindestens einmal dorthin zu reisen, so wie ich es früher immer in den Sommerferien gemacht hatte. Die unendlichen Stunden auf der Autobahn, die unzähligen Pinkelpausen an den Raststätten, wo ich mit weit aufgerissenen Manga-Augen die Snack-Auslagen bestaunte und nur äußerst selten etwas kaufen durfte, weil unser gesamter Proviant für die 10-stündige Autofahrt schon in unserer blauen Kühlbox verpackt auf dem Schoß meiner Mutter thronte. Kennt ihr die? Diese globigen, hellblauen Kästen mit dem weißen Henkel? Noch heute, 20 Jahre später, verstaut meine Mama sämtliche Snacks für längere Autofahrten in dieser Kühlbox. All diese Erinnerungen gehören zu meiner Kindheit. Mein Vater und dieses Blitzen in seinen Augen, das Kilometer um Kilometer mit jedem Fahrstreifen, den unser Auto überrollte, heller aufzuflackern begann, obwohl er immer angestrengter den Horizont über das Lenkrad hinweg fixieren musste. Seit 6 Uhr morgens reduzierte er Meter um Meter die Distanz zwischen sich und seiner Heimat, seinem Jetzt und seinem Einst, zwischen Realität und Sehnsucht. Es war eine ungreifbare, stille, emotionale Spannung, die der abgestandenen Autoluft ein gewisses Glitzern verpasste, das im Raum zwischen Handschuhfach und Kofferraum funkelte. Die Sonne strahlte während dieser Autostunden mit jeder verstreichenden Stunde immer senkrechter und heller durch die Windschutzscheibe, als wären sie bereits ein Vorbote, eine freundliche Nachbarin, die unserer Ankunft schon lächelnd entgegenwinkte, ein warmes Hallo. Was mich erwartete? 34 Grad im Schatten, Rosmarienduft, der die Luft erfüllt, die so furztrocken ist, dass jedes Handtuch, mit dem man sich abrubbelt, wenn man aus dem Meer steigt, innerhalb von Minuten wieder trocken, aber auch leicht steif vom Salzwasser wird. Crispy Handtücher, crispy Haare, crispy Strandluft. Das Meerwasser verleiht allem, was es mit seinen flinken Fingern zu fassen bekommt, seine salzige Patina der Sehnsucht. Nachts zirpten die Grillen so laut, dass ich das Schnarchen von Papa und Opa kaum noch hörte. Das Essen, das Meer, meine Großeltern, ihre gebräunten, adrigen Hände, mit denen sie mir alles erzählten, woran die Worte scheiterten. Für viele war, und es ist total weird, dass ich zehn Stunden da runterfahre, zu diesen Leuten, mit denen ich dann nicht mal sprechen kann. Aber für uns war das nie ein Problem. Es ist normal, irgendwie cool. Da ist eine Verbundenheit, die ohne Vokabelhaft funktioniert. Ich war immer stolz darauf, sagen zu können, ich bin Halbkroatin, auch wenn ich leider schnell die Sprache verlernt habe. Ein Sommerurlaub im Jahr ist einfach nicht genug, um eine quirlige Person wie mich bei der Stange zu halten. Papa war immer arbeiten und wenn er dann heimkam abends, wurde nicht mehr kroatisch gesprochen. Er war zu müde, ich zu bequem und Kroatien dann doch zu weit weg. Aber wer weiß, vielleicht lerne ich es ja irgendwann wieder. Bis meine Ausbildung anfing, begaben wir uns jedes Jahr auf die Odyssee, die glitzern der Autofahrt gegen Süden. Bis ich irgendwann keinen Bock mehr hatte. Keinen Bock mehr, mit Mama und Papa in den Urlaub zu fahren. Keinen Bock, wochenlang weg zu sein und irgendwas verpassen zu können. Keinen Bock, umständlich mit Händen und Füßen kommunizieren zu müssen. In dem Alter ist man nicht so weitsichtig und verantwortungsbewusst, darin zu denken, dass die Jahre, die verstreichen, nicht mehr nachzuholen sind. Mit dem Alter wird einem dann immer bewusster, dass man an jedem Fitzelchen Kindheit so verschlissen und ausgefranstes auch sein mag festhalten sollte. Dass es, wenn man sieben Jahre keinen Bock auf Urlaub mit Eltern hat, eben auch bedeutet, dass man sieben Jahre seine Oma nicht sieht. Dass man sie eventuell nie mehr sieht. Dass man ihre Beerdigung verpasst. So wie es bei mir war. Ich war für meine Oma alles. Sie war meine einzige Oma, die ich erlebt hatte. Und es schmerzt mich heute, dass ich damals so dumm war und nicht sehen konnte, was ich tatsächlich verpasste. Aber irgendwie habe ich das damals weggeschoben. Selbst als sie starb, wollte ich nicht runterfahren. Nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern auch aus Angst. Das Thema Tod machte mir eine Heidenangst. Ich wollte mich davor verstecken. Ich kann, ehrlich gesagt, bis heute nicht damit umgehen. Diese Themen sind super schlimm für mich. Ich versuche jeden Gedanken an den Tod strengstens zu vermeiden. Der Kunsttheoretiker Bason Brock sagte dazu mal, der Tod muss abgeschafft werden. Diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Sehe ich ganz genauso. Ich habe das Gefühl, meine Oma wusste, dass ich es nicht böse gemeint habe, als ich aufhörte, sie besuchen zu kommen. Aber trotzdem, auch wenn man etwas nicht böse meint, hat das eigene Handeln Konsequenzen, die sich für andere durchaus schlecht anfühlen können. Auch umgekehrt gilt diese Regel. Gut gemeint und gut gemacht stehen manchmal im Widerspruch zueinander. Ich entschloss mich deswegen Jahre später, den, oh Gott, jetzt bin ich schon lange nicht mehr da gewesen, wenn ich jetzt fahre, ist das voll unangenehm, ich warte lieber noch ein bisschen und ziehe die Fäden des Zeitkaugummis noch ein wenig länger, Zirkel zu durchbrechen und endlich wieder nach Kroatien zu fahren. Ich vermisste diesen Teil von mir. Ich vermisste meinen Opa. Als ich 2018 das erste Mal wieder hinfuhr, warnte ich meinen Opa nicht vor. Ich stand einfach vor seiner Tür und mein Opa hat geweint ohne Ende. Das letzte Mal, dass er geweint hatte, war, als meine Oma gestorben ist. Das erzählte man mir zumindest. Und ich war froh, dass ich diesmal da war, um seine Tränen trocknen zu können und ihn in den Arm zu nehmen. Und das werde ich mir auch nicht mehr nehmen lassen. Auch nicht von mir selbst. Ich glaube, es ist für viele migrantische Kids schwer, zwischen diesen beiden Welten zu changieren. Einerseits will man seine Wurzeln kennenlernen, sie hegen und pflegen, damit das Pflänzchen, das daraus erwächst, nämlich man selbst, eine starke Basis hat und weiß, wer oder was es ist, ein Verständnis für sich selbst entwickelt. Aber diese Pflege ist so fucking anstrengend. Sie ist oft schmerzhaft und manchmal schlicht überfordernd. Da gibt es so oft irgendwie eine gewisse Scham. Mal seiner Familie gegenüber, mal sich selbst, mal den Freundinnen oder anderen Mitgliedern der deutschen Gesellschaft gegenüber, wenn die zum Beispiel nicht verstehen können oder wollen, warum man mit seinen Großeltern nicht reden kann. Aber gleichzeitig war da bei mir auch immer sehr viel Stolz. Ich mochte es, diese zweite Identität zu haben, diese andere Welt, die anderen immer verschlossen sein würde. Mein persönliches Narnia, das ich halt nicht durch einen Kleiderschrank betrat, sondern nur durch diese ellenlange Autofahrt erreichte. Ich nahm meine gespaltene Identität als etwas Besonderes wahr, ein Schatz, dessen Wert nicht unbedingt alle erkennen konnten. Aber ich sah ihn, funkelnd, scheinend und glitzernd, wie das Mittelmeer im Glanze der Mittagssonne von Kirk. Mein Kroatienurlaub nach dem Sonnenhofabend war jedenfalls neben der Zeit mit meinen Großeltern getrockneter Gischt auf der Haut, Grillenzirpen und Fleischspießen vor allem von einem geprägt. Üben. Ich studierte drei Songs ein, die ich beim Casting performen wollte. Andrea Bergs fliegt mit mir fort, Die Hölle morgen früh von Helene Fischer und Heavy Cross von Beth Ditto. Wilde Mischung, I know, aber ich bewarb mich ja schließlich bei Wolkenfrei, die zu diesem Zeitpunkt noch als Coverband galten, auch wenn sie viele Schlagersongs in ihrem Repertoire und schon einen Auftritt bei Immer wieder Sonntags vorzuweisen hatten. Die Ambition, im Schlage Fuß zu fassen und weg vom Covern zu kommen, war für mich schon irgendwie abzusehen und das war es auch, was mich besonders an dem Projekt reizte. Ich wollte ja nie nur Cover singen. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Das Casting fand in der Hacienda im Sonnenhof statt. Natürlich, wo sonst? Neben meinen Songs hatte ich auch schon längst mein Outfit bis ins kleinste Detail ausgearbeitet und geplant. Buffalo-Sondeletten in Schlangenoptik mit Riemchen in Gold, Silber und Bronze, eine schwarze Leggings in Glanzoptik und oben ein enges Top. Meine langen, richtig dunklen Haare waren mühsam geglättet worden und hingen mir platt und kraftlos bis zur Talie hinab. Ich sah schlimm aus. Wenn man im Duden Coversängerin nachschlägt, ist da vermutlich ein Bild von mir in diesem Look abgedruckt. Ich war ein laufendes Klischee, aber das wusste ich damals noch nicht. Tatsächlich aber habe ich es extrem gefühlt und tippelte recht selbstbewusst auf die Bühne und performte, als stünde die American Idol-Jury persönlich vor mir. Nur der ominöse Manager war nirgends zu sehen, für den der ganze Zirkus ja überhaupt erst veranstaltet wurde. Stefan und Markus hätten mich ja an Ort und Stelle damals am Stammtisch bereits aufgenommen. Als ich dann meinen letzten, dritten Song performte, steckte plötzlich ein Typ im Rollkragenpulli kurz seinen Kopf zur Tür rein, musterte mich einige Sekunden lang, wie ich da in meiner Leggings Beth Detour channelte und verschwand dann gleich wieder. Und dann war ich drin. Ich war jetzt also offiziell Sängerin. So richtig auf einer Bühne mit einer Band und Bezahlung. Und auch wenn ich natürlich überglücklich darüber war, meinem Traum ein Stückchen näher gekommen zu sein, kollidierte meine Vorstellung vom Leben als Sängerin, auf das ich mich in meinem Kinderzimmer vorbereitet hatte, seit ich in die Grundschule ging, schon sehr mit der Realität, die mein Sängerinnen-Dasein damals darstellte. Wir spielten nämlich nur Cover-Songs vor buchstäblich drei Leuten. Das waren unsere ersten Shows. Aber trotzdem war das für mich mega. Jetzt hieß es Ackern. Und damit hatte ich ja noch nie ein Problem gehabt. Wie ich ja schon erwähnte, bin ich zu 100% bereit, erst meine Düse zu payen, auch wenn ich meistens wegen meiner Ungeduld trotzdem gerne den einen oder anderen Schritt überspringen würde. Aber das ist nun mal Teil des Deals, diese ganzen verfluchten kleinen Schritte. Einer unserer ersten Abende, an den ich mich erinnere, war ein Gig in einem komplett verrauchten Club in Holland. Wenn man die Bilder an der Wand ein Stück zur Seite rückte, offenbarte sich erst, dass die Wände irgendwann weiß gewesen waren und ihr mattes Zitronengelb vom Nikotin stammte, das sich über die Jahre hinweg über die Raufvasertapete gelegt hatte und mich rätseln ließ, ob der Raum wohl immer mehr zusammenschrumpfte, jedes Mal kleiner wurde, wenn sich eine neue Schicht über die vorherigen legte. Ich konnte kaum atmen, der Rauch biss in Lunge und Augen, aber ich zog unser Set freudestrahlend durch, obwohl es super anstrengend war. Unser nächster Gig fand in der Gemeindehalle irgendeines Kaffs statt, wo zwar kein Nikotin die Wände über die Jahre hinweg einbalsamiert hatte wie eine alte ägyptische Mumie, dafür aber das Echo des Applauses der durchaus überschaubaren Menge von ihnen zurückgeworfen wurde, als stünden wir in einer leeren Kathedrale. Es war wie in einer schlechten Komödie. Klatsch, klatsch, klatsch. Man konnte jedes einzelne Händepaar raushören. In diese Zeit fällt auch die Autogrammstunde nach einem Auftritt, bei der einem Gast der Stoberbeutel geplatzt ist. Erst bemerken wir davon nichts. Es waren nur eine Handvoll Leute gekommen, denen wir freundlich lächelnd die Hände schüttelten, mit denen wir Umarmungen austauschten und netten Smalltalk führten. Als ich tief einatmete, um den nächsten Fan mit einem Lächeln zu begrüßen, gefror mir selbiges in Sekundenbruchteilen im Gesicht fest. Mir wurde schlagartig bewusst, dass da mehr in der Atmosphäre waberte als die pure Schlagereuphorie. Langsam füllte sich der Raum mit einem beißenden Geruch, aber wir ließen uns nichts anmerken und zogen die Sache mit brennenden Augen durch. Wie in diesem Raucherlokal in Holland. Same, same, but different, wie man so schön sagt. Was ich mit diesen Anekdoten sagen will, ich habe mich buchstäblich durch die Scheiße gearbeitet in meinen Anfangstagen als Sängerin. Es gab schon wirklich kuriose Momente damals, weswegen ich die Zeit, vor allem aber auch die Anfangszeit, nicht missen will. Wir hatten so viel Spaß miteinander. Wir cruised mit unserem himmelblauen Sprinter, der komplett mit Fotofolie unserer Gesichter bedruckt war, damit auch jeder sehen konnte, wer da on the road ist. Übrigens ein klares Indiz dafür, dass niemand die Insassen kennt. Durch Deutschland, um in den seltsamsten Kaschem zu spielen und abends vollkommen kaputt in irgendeiner Pension einzupennen. Allein schon, wie wir drei zusammen aussahen, war komisch. Ein riesiger Typ, dann der Kleine und dazwischen dieses junge Mädel mit den komischen Leggings. Also ja, wir haben uns unsere Crowd echt erackert, aber wir hatten auch einen Heidenspaß dabei. Und ich lernte bereits eine Menge bei unseren kleinen Gigs. Wie man eine Crowd bezirzt, wie man lernt, die Stimmung im Raum richtig einzuschätzen und gemessen daran, sich zu präsentieren. Ein Skill, der in meiner kommenden Schlagerkarriere noch sehr nützlich werden sollte. Für einen Gig bekamen wir in den Anfangstagen 600 Euro. Davon bekam ich 175, was für mich damals viel Geld war für sechs Stunden singen. Meistens spielten wir drei Tage die Woche, also kamen da schon ein paar hundert Euro die Woche für mich rum. Das war wirklich nicht schlecht, ich hatte ja nie Geld gehabt. In den Schwarzmarkt traute ich mich zwar nach wie vor nicht rein, aber ich fühlte mich dennoch, als hätte ich es bereits geschafft. Also in gewisser Weise. Natürlich war ich noch lange nicht am Ziel, aber damals war der Job ideal für mich. Scheiß drauf, dann singe ich halt Cover. Hauptsache ich singe. Verdiene Geld, von dem ich zwar noch nicht meine eigene Miete bezahlen konnte, aber hey, das würde schon auch noch kommen. Habe einen Einstieg in die Musikwelt und lerne Leute kennen. Es gab wirklich schlimmere Jobs. Auch wenn ich selber häufig gedanklich bereits beim nächsten Schritt, der nächsten Herausforderung, dem nächsten Sieg bin, ist Dankbarkeit und ein Bewusstsein dafür, was die aktuelle Situation für Chancen birgt, in meinen Augen unglaublich wertvoll. Gerade im heutigen Zeitalter denkt jeder mit 25 bereits den Mann oder die Frau fürs Leben, den Traumjob und das Traumhaus gefunden haben zu müssen, damit man es geschafft hat. Aber das ist Blödsinn. Erstens, weil der Druck, immer alles sofort bekommen zu müssen, wahnsinnig hoch und schlicht unrealistisch ist und zweitens, weil auf den Zwischenschritten so vieles passiert, dass den Weg überhaupt erst ebnet, der einen zum Ziel führt. Und diese Zwischenschritte verdienen es auch, geschätzt zu werden. Wir spielten also unsere ersten Gigs als Coverband. Mit dem Covern wollten wir uns für den Start über Wasser halten, Erfahrungen als Team sammeln, ein Gefühl fürs Publikum und für das, was gut ankommt, bekommen, herausfinden, wo unsere Stärken liegen und natürlich auch unsere Schwächen. Aber der Gedanke, eigene Songs zu schreiben und zu performen, schlummerte von Anfang an in unseren Hinterköpfen. Wir wollten eine selbstständige Schlagerband werden, mit eigenen Songs, eigenen Autogrammstunden und eigenen Musikvideos. Und mit einem Anruf um ein Uhr nachts begann auch dieser Traum, aus dem Schlummern unserer Hinterköpfe hinauszuwachsen. Nachdem Herr wir